Hallo, Assalamu alaikum, schön, dass ihr da seid. Es gab eine konkrete Frage, auf die ich in dieser Folge eingehen möchte. Und anhand dieser Frage, also es ging um eine konkrete Formulierung, wollen wir uns ein paar Regeln und auch ein paar neue Worte anschauen, die wir dann lernen. Kann sein, dass eine etwas ausführlichere Folge jetzt wird. Schauen wir einfach mal, dass wir nur so viel wie nötig machen, dass es jetzt nicht zu kompliziert wird. Genau, die konkrete Frage, die Formulierung, die angefragt wurde, war, ich habe Angst, dass sich alles verändert. Das ist die Frage, die es zu übersetzen gilt. Hier gibt es eine Besonderheit. Ich habe Angst ist ja etwas, oder ich befürchte einfach umgangssprachlich, auch wenn es im Unterschied zwischen Angst und Furcht geht, aber es ist ja okay, wenn wir miteinander reden, ist ja klar der Kontext, was gemeint ist. Wir wollen jetzt hier keine Analyse von Angst und Furcht machen und so. Die Sache ist, im Deutschen, du sagst halt, ich habe Angst im Präsenz. Aber das, was du dann auf dem Messert eigentlich sagen willst, musst du in die Vergangenheit gehen. Sonst sagst du etwas anderes, sonst ist es eine Beschreibung. Also konkret sagst du, ich habe Angst. Uggdhr. 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 Ja, ich wiederhole es immer, damit du nicht mehr zurückspulen musst für das neue Wort. Uggdhr. Ich habe Angst. Wortwörtlich, ich hatte Angst. Warum? Weil wenn du es im Präsenz, also in der Gegenwartsform benutzt, dann ist es eigentlich Tugdhr. Du erinnerst dich, dass es sich eher so anhört. Tittr. Chedmer. Tugdhr. Du hörst, das ist eher die Präsenzform. Und du gehst aber in die Vergangenheit. Uggdhr. Weil Tugdhr in Präsenz bedeutet, ich bin einer, der Angst hat. Das ist eher eine Beschreibung. Das ist eher, dass du dich so beschreibst. Also nicht etwas Konkretes, ich habe Angst, dass... Wir machen auch gleich dann den konkreten Satz. Sondern Tugdhr ist eher so etwas wie, ich bin ängstlich. Ich bin einer, der ängstlich ist. Deswegen benutzt du das in der Vergangenheitsform. Aber die Bedeutung ist, du sagst etwas Konkretes, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir uns verlaufen, dass wir verloren gehen. Etwas ganz Konkretes. Aber wenn du sagst, Tugdhr an Uddhr oder Tugdhr an Uddhr, ich habe immer Angst. Ich bin einer, ich habe immer Angst, dass wir uns verlaufen. Also ich bin... Du beschreibst dich insgesamt so, dass du jemand bist, der immer befürchtet, dass er sich verläuft. Ist es klar, der Unterschied? Wir hatten die Vergangenheitsform noch nicht. Deswegen werden wir einfach hier bei diesem Beispielsatz den Satz so lernen. Ihr hört euch einfach mal an, wie Vergangenheit klingt. Und wir werden aber eine extra Lektion für die Vergangenheitsform machen. Nicht für diese Pseudo-Vergangenheitsform mit Tura, die man immer so auch nutzen kann. Aber die richtige, echte Vergangenheitsform. Weil das ist dann nur, damit ihr mal gehört habt. Tittr, ich esse, Tscher, beziehungsweise anderer Dialekt, Scher. Tugdhr, ich bin ängstlich. Uddhr, ich habe Angst. Ausnahmsweise ist es halt sozusagen die Vergangenheitsform, obwohl du was Konkretes sagst. Und eigentlich sagst du dann ohne ein Das oder was auch immer du sagst, direkt, wovor du Angst hast. Uddhr, ich habe Angst, dass ich gefeuert werde. Und jetzt anderer Dialekte auch, damit ihr es gehört habt. Uddhr, ich habe Angst, dass ich rausgekickt werde. Wortwörtlich, dass ich verjagt werde von der Arbeit. Also jemand, der jetzt befürchtet, der hat irgendwie Mist gebaut, der könnte gekündigt werden. Das heißt, du sagst dann direkt einfach die Aussage. Uddhr, Adhofer. Das ist ein Dialektunterschied auf Tashibdent. Wenn du kein Tashibdent sprichst, wirst du das wahrscheinlich gar nicht verstehen. Es sei denn, du hast halt Kontakt zu mehreren Menschen, die verschiedene Dialekte sprechen. Uddhr, Adhofer. Ja, es ist auf Tashibdent, beziehungsweise auch auf Teref. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Keine Ahnung, du sollst von einer Mauer springen oder irgendwie am Meer. Leute springen von einer Klippe ins Meer. Und dann sagst du Uddhr, Adhofer. Uddhr, Adhofer. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Es ist gut, mal auch andere Dialekte zu hören, weil es kann sein, dass wenn du in Qabuyawa bist, dass dort viele Leute mit Tashibdent sprechen werden. Ich glaube sogar die überwiegende Mehrheit, ja. Das heißt, es ist gut, einfach mal verschiedene Dialekte zu hören und den Unterschied. Und manchmal sind es andere Wörter, wie im Fall von Falle. Aber ganz oft sind die Unterschiede so, dass eher ein L benutzt wird, wo dann andere ein R benutzen. Oder ein hartes R, wo andere dann ein A, ein ganz leichtes oder gar keins benutzen. Genau. Und der Satz war, ich habe Angst, dass sich alles verändert. Und dann sagst du einfach den Satz, den du befürchtest. Alles, auf Tashibdent wäre das Kulsh, wie im Arabischen auch, aus dem Hocharabischen Kullushay. Alles. Kulshay, beziehungsweise die meisten Yerifin und Iqla'in, die sagen dann Kurschay. Die benutzen dann, wo ein L ist, ein R. Und du hörst auch, L und R sind auch naheinander. So, es ist dann eher, dass das L einfach zu einem gerollten R geworden ist, weil es auch naheinander ist. Du bildest es an derselben Stelle, wo du das L bildest, sozusagen die Zunge. L, R. Uqdr, Kursch, Adiqiyar. Oder Adiqiyar, sagen glaube ich die Iqla'in. Genau. Uqdr, Kursch, Adiqiyar. Oder Uqdr, Kursch, Adiqiyar. Es gibt noch ein anderes Wort für Veränderung. Es ist einfach gut, wenn ihr mal noch, wenn wir sowieso gerade dabei sind, machen wir noch eine andere Variante. Uqdr, ich mache auch wieder alle Dialekte. Dann hört ihr es öfter und ihr hört verschiedene Dialekte und ihr könnt euren Dialekt benutzen. Und auch wenn ihr mal einen anderen Dialekt hört, werdet ihr ihn verstehen. Auch wenn ihr halt ein bisschen in Marokko rumkommt, wo halt Zerifisch gesprochen wird. Uqdr, Kursch, Adiqiyar. Auch das aus dem Arabischen von Beddela, Yubeddilo. Etwas austauschen. Weil man sagt zum Beispiel auch Kursch, Adiqiyar. Oder Kursch, Adiqiyar. Alles hat sich irgendwie verändert. Alles scheint mir anders. Also nochmal. Kursch, Adiqiyar. Dieses Adiqiyar ist die Zukunftsform. Die hatten wir eigentlich auch noch nicht, aber eine Befürchtung bezieht sich ja auf die Zukunft. Ist ja noch nicht eingege... Ist ja noch nicht passiert. Ist aber auch gut, dass ihr das mal hört, weil Vergangenheitsform, Zukunftsform, die werden wir alle nochmal in eine Extra-Lektion machen. Also wenn ihr jetzt nicht ganz mitkommt, wichtig ist, ihr erinnert euch an die Grundregeln, an die Prinzipien. Wichtig ist, dass ihr erstmal grundsätzlich das Prinzip versteht und auch die Botschaft ankommt und ihr das auch an sich sagen könnt. Ich sage das nochmal in einem anderen, auf Tachleisch, beziehungsweise auf Terifisch wäre das... Das wäre dann wieder anstatt einem L, ein R. Jetzt habt ihr das nochmal gehört. Das heißt, ich habe Angst, ich befürchte, dass sich alles verändern wird. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, Vergangenheitsform von Tugdhr ist Uggdhr, Kulshi adhiriyar. Das sind zwei verschiedene Wörter, die für Veränderung oder Verändern benutzt werden und beide im Arabischen und auch im Arabischen. Das eine ist tatsächlich Veränderung und das andere ist eher sowas wie Wechsel, Auswechsel. Genau, soviel dazu, vielleicht mal, dass ihr das einfach mal gehört habt, auch wenn du zum Beispiel über jemanden sprichst und du sagst, er hat Angst, dann sagst du Uggdhr, Uggdhr, Kulshi adhiriyar, Uggdhr, Kulshi adhiriyar. Auch hier benutzt du die Vergangenheitsform, weil wenn du hier wieder die Gegenwartsform benutzt, also wenn du sagst, Uggdhr, dann heißt das, er ist ängstlich. Er ist eine ängstliche Person, er ist jemand, der sich immer fürchtet. Also das ist dann eher wieder eine Beschreibung, eine Eigenschaft. Weibliche Person, also sie, wäre Tugdhr. Oder halt, wenn du sie beschreiben willst als eine ängstliche Person, Tugdhr. Das sind vielleicht einfach, ich will es jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen lassen. Ich hoffe, dass jetzt dieser eine Satz klar geworden ist. Ich habe es versucht, den verschiedenen Dialekten auch wiederzugeben. Und wir haben das Thema Vergangenheit ein bisschen angeschnitten. Vielleicht werden wir mal in den nächsten, vielleicht auch schon in der nächsten Lektion, ich hoffe, ich habe keinen Kommentar übersehen. Das war, glaube ich, die eine konkrete Frage. Wenn ich jetzt noch was übersehen haben sollte, dann tut es mir voll leid. Dann schreibt es bitte nochmal unter diesem Video hier. Genau, ansonsten schauen wir uns in der nächsten Folge, schauen wir uns dann die Vergangenheitsform an. Und ihr werdet dort sehen, auch dort, wenn ihr einmal das Prinzip verstanden habt, dann ist es voll, wie soll ich meine, dann habt ihr das drauf. Also einmal das Prinzip verstanden, dann könnt ihr andere Wörter einsetzen. Genau, ansonsten vielleicht, wenn ihr möchtet, von den Wörtern, die wir bisher haben, könnt ihr vielleicht einfach mal Fantasiewörter bilden. Entweder einfach nur für euch, sie einfach nur aussprechen oder vielleicht schreit sie mal in die Kommentare rein. Ich habe Angst und dann benutzt irgendein Wort, das ihr habt. Keine Ahnung. Ich habe Angst, dass die Flasche flüchtet. Nur, es muss keinen Sinn ergeben. Ich weiß gar nicht, wie es auf Dachalash heißen würde. Vielleicht weiß es jemand, kann das ja gerade ergänzen. Auf jeden Fall ist es so, könnt ihr vielleicht einfach mal so Fantasiewörter lernen. Weil wenn ihr drei, vier Fantasiewörter gemacht habt, also Sätze mit diesem neuen Wort, jetzt mit diesem neuen Ausdruck, ihr werdet das nicht mehr vergessen. Und auch wenn ihr es anders hört, wenn du zum Beispiel jemanden hörst, der dann sagt, Tugdinattas, dann wirst du verstehen, irgendwas mit Angst haben und viel. Vielleicht noch nicht ganz genau, dass es sie ist, also mehrere männliche Personen, Tugdin oder halt gemischte Geschlechter, eine Gruppe von Menschen, Tugdinattas, irgendwas mit fürchten und irgendwas mit viel. Und wenn du ein bisschen dich daran gewöhnt hast, dann wirst du verstehen, ah, das ist die Eigenschaft, also die Beschreibung. Oder wenn jemand da sagt, Tura, Tura, Tugdinattas, Tura, irgendwas mit Tugdin und dann Attas, ah, okay, irgendwas Vergangenheit, irgendwas fürchten und irgendwas viel. Und so passiert, also so gewöhnst du dich dann halt daran. Es ist halt eine Übungssache. Wie gesagt, denk an Fußballspielen, denk an Schwimmen, denk an Instrumentspielen. Du musst die Sache einfach immer wieder üben. Du wirst ein guter Fußballspieler, indem du deinen Ball nimmst, aufs Feld gehst und schießt. So wird dein Schuss besser, nicht indem du, das zu meinem Video hörst, ist gut. Hör weiter, abonnier, mach Werbung dafür, ich freue mich dafür, ich sage nicht, mach nicht, ja. Aber so wirst du, also ehrlich, du wirst so nicht besser sprechen. Du kriegst eine Idee, genau deswegen schauen wir auch Fußballvideos oder Videos von Leuten, die irgendeine Sache gut machen, die wir auch gerne gut können. Wenn, keine Ahnung, jemand, der gut singt, ich will auch mal gut singen, zum Beispiel, irgendwie sowas, oder dein Instrument spielt. Ich werde trotzdem nicht besser, aber ich kriege eine Inspiration, ich kriege eine Idee. Ich gucke einen Trick, ah, okay, so macht das Ronaldinho. Dann gehe ich jetzt aufs Feld und probiere das auch, vielleicht mache ich es ein bisschen anders. Du hast jetzt auch eine Inspiration bekommen. Jetzt mach dein eigener Satz. Ich fürchte, ich werde niemals Tmeziqt lernen. Hoffentlich nicht. Das war natürlich nur ein Phantasiesatz, also ist klar. Gut, danke schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, die Frage habe ich ausführlich genug beantwortet. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Für euch ist nur ein Kommentar, dauert vielleicht nur 10 Sekunden. Für mich bringt mich das in diesem jungen, kleinen Kanal sehr viel weiter. Und entschuldigt bitte, dass die Qualität irgendwie immer noch nicht so ist. Ich habe es nicht hinkriegt, dass es irgendwie scharf ist. Ich weiß auch nicht, warum das irgendwie nicht scharf ist. Aber ich arbeite dran, du weißt, ja? Gut, bleibt gesund, Insha'Allah. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Morgen also, wenn ihr möchtet. Allahi Aunkum und Bis Lama.